Hier sieht das fast aus wie so eine Art Häschen. Jetzt sieht es noch komischer aus. Hm. Hm. Oh, oh, oh. Wer von euch hat mal wieder die richtig aufgesammelt? Ah, mir langsam wieder egal. Oh, er hat es aufgesammelt auch. Gut. Mal gucken, ob wir heute schaffen, hier hinzukommen. Und ob wir das schaffen. Aber den Steinbruch hier sollten wir schaffen eigentlich. Okay. 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 You're welcome. We're gonna erklären. Okay. Okay. wirklich sehr interessant wie das funktioniert und es ist mal wieder stark dunkel ja Ja. Und wieder liegt ein Haufen Zeug rum. Hier füllen sie auch, weiß Gott was, auf. Ich kann eins schmäler machen. Ja, sieht wirklich sehr interessant aus gerade. Ja. 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 werden wahrscheinlich hier fertig füllen und dann erst das hier. Oh, oder? Wey. Würden sie erst das hier füllen, wäre das sehr toll. Und es ist wieder so dunkel, man kann es fast nix sehen. Außer mal ist er daneben von dem Brimstone vorhat hier. Oh, sie füllen doch hier zuerst auf, ne? Yay. Wie gut und praktisch. So, da weiter. So. So, damit können wir dann den Rest auffüllen. Dann haben wir das auch geschafft. Wird da gefüllt. Wer von euch hat schon wieder seinen Stein vergessen? Wer von euch hat schon wieder den Rest auffüllen. Komm du mal her So Du bist da fleißig beim Brimstone wegmachen Jetzt haust du wieder Erde weg Und jetzt schön abgeben gehen Ach, seht mal an, sie haben den Zipfel schon Dann können wir das hier eins zurückschieben Dass man das besser kennen kann Was wir da noch alles zu füllen haben Gott sei Dank hat er eingesammelt Übrigens sehr interessante Muster, die sich hier teilweise ergeben Dann können wir die Zipfel bei mir Und dann können wir das jetzt Na komm, wir machen das hier noch fertig auf jeden Fall und den Quarry hier noch fertig. Noch haben wir ja etwas Zeit in dieser Aufnahmesession. Sind ja nur noch 24, das heißt 12 Gänge. Also 12 Mal, dass einer hin und herlaufen muss. Was haben wir hier? 14 kommt das hin. Ja, dürfte so hinkommen. Ja, 5 kommt auf jeden Fall hin. So, das heißt der Quarry ist fertig. Ich kann gelöscht werden. Hier sind es nur noch 12. Also, wir sehen uns auf jeden Fall. Okay. Und jetzt? Nur noch acht. Ja, drei hier, vier hier und einer. Da sind acht. Stimmt sogar diesmal. 490 kann ich stimmen. 1, 2, 1, 1. 2, 2, 1. 4, 2, 1. So, warten wir noch bis er hier. Dann verschieben wir das Fletten darüber. Haben wir jetzt gerade keine Lust, ein neues zu machen. So, wir sind einmal durch. Das heißt, können wir jetzt dann als nächstes hier dann eine Bahn ziehen und den Teil hier machen? Dürfte auf der Seite hoffentlich so viel abgebaut sein. Ja, würde ich aber jetzt sagen, es ist mal wieder Zeit zu speichern. Save Override. Und dann gibt es erstmal einen kleinen Cut. Also, bis gleich. So, bis jetzt.